Endlich versteht man mich beim Talk der offenen Tür. Wir haben nämlich Hubert Neubacher zu Gast, den Chef von Barkassenmeier. Und der kommt ursprünglich aus der Steiermark in Österreich. Ich bin ja Bayer und da sitzt die Hamburger Dern und die muss einfach mal süddeutschsprachigen Dialekt kennenlernen. Also was gibt es denn aus Österreich? Findet Peter. Ich finde, ich spreche super. Ich finde das auch. Also was könnte man erst so beibringen? Also wenn du was zu trinken bestellen möchtest in Österreich, würde ich dir vorschlagen, Amarün-Pago aufgespritzt auf der Seite. Amarün-Pago aufgespritzt auf der Seite. Nicht auf der Seite. Nein, nicht auf der Seite. Auf der Seite. Und was kriegt sie denn damit, dass du das bestellst? Cuba Libre. Ach, nee, was alkoholfreies. Eine schöne kleine Aprikosenschorle. Ach Quatsch. Und darf mir so viel aufpassen? Ja, so ist das. Das ist Österreich. Das ist Tubert Maul-Pago. Und es ist bei uns im Top-Dot. Und wir freuen uns. Bis dann. Amarün-Pago. Ich kann es. Amarün-Pago aufgespritzt auf der Seite. Genau. Auf der Seite aufgespritzt, oder? Nee, Seidel ist ein kleines, also ein kleines. Seidel. Wenn du ein Seidel bestellst, ist ein kleines Bier. Und dann kriegst du halt eine kleine Aprikosenschorle. Ach, wie schön. Die bestellen wir irgendwann mal. Ja, probier es aus, ob es auch funktioniert.